Liebe Studierende, liebe Mitarbeitende, wir alle befinden uns durch die Covid-Pandemie in einer außergewöhnlichen Situation, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben. Deshalb haben wir in Übereinstimmung mit dem Land auch die Universität Bremen in einen sogenannten Notbetrieb versetzt. Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, denn wir wissen, dass das für sie viele Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Für sie, die Studierenden, bedeutet das, Prüfungen und Praktika müssen neu und anders organisiert und durchgeführt werden. Seminare und Vorlesungen finden nicht in gewohnter Form statt. Laborarbeiten können nicht immer fortgesetzt werden und andere Projekte werden unterbrochen. Sie müssen nun eingeschränkt und überwiegend zu Hause lernen und arbeiten, meistens unter Nutzung digitaler Medien. Das ist nicht einfach. Für die Mitarbeitenden bedeutet das, sie halten im Homeoffice oder unter Beachtung strikter Hygieneauflagen in der Universität weiterhin den Unibetrieb am Laufen. In der Lehre, in der Forschung und in der Verwaltung und häufig auch mit neuen Methoden und Ansätzen. Sie tun dies alles unter diesen ungewöhnlichen und schwierigen Bedingungen. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken und ich danke Ihnen auch sehr für das große Verständnis für die Maßnahmen, dass Sie immer wieder zahlreich geäußert haben. Wir ergreifen solch strikte Maßnahmen, weil sie notwendig erscheinen und weil wir gemeinsam alles tun müssen, um die Auswirkungen der Pandemie zu beherrschen. Und wir haben es frühzeitig getan. Oberste Priorität hat für uns der Schutz der Gesundheit. Wann und wie das Ende der Einschränkungen sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Zurzeit warten wir auf die heute und morgen anstehenden Entscheidungen der Regierungen von Bund und Ländern. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir uns in Bremen auf unserem Campus wiedersehen werden als eine starke Gemeinschaft. Wir möchten, dass die Studierenden die bestmöglichen Bedingungen für ihr Studium erhalten. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, dass Sie auch in diesem Semester wieder ein vielfältiges Angebot an Lehrveranstaltungen nutzen können. Nur eben weitestgehend digital. Das ist die Herausforderung für uns alle zurzeit und ich wünsche allen wegen dieser Herausforderung einen guten Start in dieses neue digitale Semester. Die aktuelle Situation macht ganz besonders die unmittelbare Bedeutung der Wissenschaft für unser aller Leben und die Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutlich. Aktuell sind es die Virologinnen und Virologen, aber auch die Epidemiologen, auf deren Rat wir hören. Aber auch andere Fächer sind gefragt. Psychologie, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Logistik und Statistik. Die Reihe lässt sich beliebig fortsetzen. Die Krise führt uns allen vor Augen, wie wichtig die Wissenschaft ist und damit auch, wie wichtig Ihre wissenschaftliche Ausbildung ist, liebe Studierende und wie wichtig Ihre wissenschaftliche Arbeit ist, liebe Forschende an der Universität Bremen. Wir werden diese fortsetzen in einem gemeinsamen Prozess des Austauschs des Miteinanders von Lehrenden und Lernenden. Auf digitalen und persönlichen Wegen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut durch diese schwere Phase kommen und dass sie uns hilft, uns die Bedeutung der Wissenschaft, des Lernens und den Wert unserer universitären Gemeinschaft vor Augen zu führen. Und ich freue mich mit Ihnen auf den Tag, an dem wir alle wieder zusammenkommen und persönlich miteinander diskutieren können. Für Ihr Vertrauen in die Universität Bremen, Ihre Solidarität und Ihr Engagement möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen und uns allen Gesundheit und Zuversicht.